Die Aufrechterhaltung des Motorbetriebs und der Sicherheit von Elektroanlagen ist ein Fulltime-Job. Mit dem Flugisolationsmultimeter 1587 FC finden Sie kleine Probleme, bevor daraus schwerwiegende Ausfälle entstehen, denn Sie können Kurzschlüsse in der Verkabelung und reparaturbedürftige Motorwicklungen schnell aufspüren. Und da das 1587 FC mit FlugConnect ausgestattet ist, können Sie außerdem Daten und Verlaufsgrafiken auf Smartphones übertragen und dort speichern. Die Trend-Ed-Grafiken des Flugisolationsmultimeters 1587 FC nutzen die neuen Messungen von Polaritätsindex und die elektrische Absorption zur schnelleren Erkennung von Feuchtigkeit und Verschmutzung. Und bei Temperaturschwankungen erleichtert die neue Temperaturkompensation die Ermittlung exakter Ausgangswerte für Vergleiche mit Daten aus zurückliegenden Messungen. Mit dem 1587 FC können Sie den Isolationszustand von 50 Volt bis 1000 Volt und 2 Gigaohm messen. Außer der erweiterten Untersuchung von Isolierungen können Sie alle Multimeterfunktionen nutzen, die Sie vom 1587 erwarten. Einschließlich eines Tiefpassfilters zur exakten Überprüfung von Frequenzumrichtern und weiterer Tests zur Fehlersuche bei Motoren und zur Erfassung zeitweilig auftretender Ereignisse. Weitere Informationen über das Flugisolationsmultimeter 1587 FC erhalten Sie bei Ihrem Flugvertriebspartner.